Servus Leute! Servus Kumpelinen! Und auch ein Servus an meine chinesischen Freunde. Und zwar heute sprechen wir mal ein bisschen über Natur. Also nicht viel, aber ein bisschen schon. Und ich habe hier etwas entdeckt, das ist ein Naturdenkmal. Kann man den Mann mal anzoomen? Also, ich zeige euch gleich einmal die Franzosen-Linden. Nicht schlecht, also den müssen wir mal gesehen haben. Auch mal einen Augenblick. Kann man den Mann anzoomen? Ich bin hinten dran. So, und jetzt schauen wir ihn auf. Also, da haben wir auch einen Vogel mit drauf. Gehört ja alles zur Natur. Und jetzt hören wir im Hintergrund so einen Radau mit dem Motorrad. So ist es halt. Aber die Natur ist für uns doch immer noch das Wichtigste. Und damit möchte ich mich verabschieden. Nicht verabschieden, verhält man. Sag ich Servus, macht's gut und tschüss. Also jetzt kommt noch mal ein super Special. Jetzt zeige ich euch auch ein Naturdenkmal. Und das heißt Marek. Hey, hier haben wir einen Hund, ne? Und der sagt, na Servus, wer bist denn du, ey? Sag mal, wo kommst denn du auch, ne? Ja, sag mal, wo kommst denn du auch, und kannst du... Hey, tsch, tsch, sag mal, wo kommst denn du auch? Also das war Marek, ne? Und tschüss. Tschüss.